Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland ist wieder mal an diesem verrückten Tag wieder mal unterwegs. Luis hat hier ein bisschen Folie, nicht wundern, der hat sich hier ein bisschen stechen lassen wieder mal. Ja, nicht da, fragt nicht, jetzt kommen wieder diese Kommentare, die letzte Mal haben wir eine Line gesagt, dachten die alle, was weiß ich. Jetzt sagen wir, du wurdest gestochen, gestecht und so, ich will gar nicht jetzt eingehen. Auf jeden Fall, Whipple XRP hat auf jeden Fall neue News, ihr habt mitbekommen, hier der erste und dann wurden auf jeden Fall eine Milliarde Token wieder, XRP Token wieder in den Markt gespielt. Das schauen wir uns an, abgesehen davon, Shiba Inu verbrennt, 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 ja, wo soll die Reise noch hingehen? Die Community verbrennt und darüber sprechen wir, Luis, was auch sehr interessant ist und abgesehen davon, ach, wir haben so viele XRP News, wir schauen mal, was wir alles auseinandernehmen, Luis. Dann würde ich einfach mal sagen, ohne hier lange rumzuschwätzen, um uns zwei, um vor allem, ja, XRP Deutschland zu unterstützen. Was tun wir? Abonnieren diesen Kanal, was tun wir? Drücken auf Gefällt mir, was tun wir, Luis? Ich würde sagen, wir gehen rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. XRP schaltet Token im Wert von 500 Millionen US-Dollar frei, während sich das Urteil zwischen SEC und Ripple abzeichnet. Ripple hat im Rahmen seiner geplanten monatlichen Vertriebsstrategie eine Milliarde XRP-Token im Wert von 500 Millionen US-Dollar aus einem Treuheitskonto freigeschaltet, also dem Escrow. Die Freischaltung fällt mit der steigenden Vorfreude in der Community zusammen, die auf das Urteil der SEC gegen Ripple wartet. Der XRP-Preis bewegt sich um 0,05 Dollar Cent und da der Allkanne darum kämpft, die jüngsten Gewinne aufrechtzuerhalten. Also wir sehen auf jeden Fall viel FOMO gerade, muss man sehen, nicht das, was wir uns erhoffen, aber man sieht auf jeden Fall, dass da irgendwas im Busch ist, dass viele gerade darüber auf jeden Fall spekulieren, dass die Klare auch bald vorbei ist. Wir haben da die Tage ein Video rausgehauen, da hat sich dann auch eine sehr interessante Theorie rausgehauen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt natürlich heute öfters gelesen, mit einer Milliarde XRP-Token werden ein Treuheitskonto freigegeben. Und zwar habe ich das natürlich beobachtet für euch. Hier seht ihr 200 Millionen sind auf jeden Fall rausgespielt worden, direkt danach nochmal 300 Millionen und direkt zu einer anderen Adresse 500 Millionen. Das macht insgesamt eine Milliarde, Luis. Und ja, wurden die gekauft alle, sind einige wieder zurückgegangen. Ich konnte noch denen entsprechend noch keine Informationen finden, aber ich denke mal, wenn die auf drei Adressen solche Summen schicken, die Nachfrage ist definitiv da. Wie gerade erwähnt, man sieht es auf jeden Fall und viele spekulieren, dass halt jetzt die Klage diesen Monat noch vorbei sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und muss einfach schauen, wie es jetzt weitergeht, ob die Klage wirklich jetzt im Juni vorbei sein wird. Ich würde es mir wünschen, aber wir kennen das ganze Spielchen schon. Es sind im letzten Jahr auch schon so oft irgendwelche Theorien rausgekommen, irgendwelche Prognosen, wann die Klage vorbei ist. Deswegen jetzt nicht so, dass alles so ein bisschen nüchtern betrachten und nicht traurig sein, wenn damit die Klage dann nicht vorbei ist. Ich würde mich nicht wundern, Luis, wenn die 500 Millionen US-Dollar jetzt an die SEC geschickt wurden, weißt du? Für eine Einigung, Settlement, 500 Millionen, ach nimm mal, Jungschen, alles gut, haben wir kein Problem mit. Und dann wurde das auf jeden Fall geregelt. Ich gehe immer noch stark davon aus, dass jetzt die Sache vom Tisch ist, aber wir haben, wie gesagt, noch keine Informationen denen entsprechen. Was ich auch sagen wollte, der Brad Ganghaus und der David Schwartz haben sich jetzt ein paar Tage oder einige Tage jetzt nicht geäußert zu der Sache. Und jetzt sind auf einmal alle still und es wird nur noch gesagt, ja, wir dürfen nicht alles freigeben, was da besprochen wurde. Das sollte nicht an die Öffentlichkeit, was da drinsteht in den E-Mails. Ja, er bodelt auf jeden Fall. Ich finde, es fing auf jeden Fall sehr stark da an, wo der gute Gary Gensler, sag ich mal, die Anhörung hatte, wo der quasi da selber vorstand und die ganzen Antworten nicht beantworten konnte. Und seitdem rüttelt das ganze Geschäft hier auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, mit den Hillman-E-Mails hoffentlich werden wir die nächsten Wochen eine sehr schöne Nachricht kriegen. Ich wollte einfach nur noch gesagt haben, Luis, die Leute sollen auf jeden Fall nicht traurig sein, wenn es am 13. doch nicht vorbei sein sollte. Wir wissen nicht, wann es veröffentlicht wird. Wir wissen nicht, wenn es, ja, wenn die Unterschrift unter den Papieren ist. Und erst dann, denke ich mal, wird alles veröffentlicht und wir werden auf jeden Fall sehen, was dann auf dem Markt losgeht. Wir werden definitiv die Letzten sein, Leute. Ihr werdet aber nicht die Letzten sein, weil XAP Deutschland direkt ein Video freischaltet. Da geht hier die Kolfetti-Kanone und so. Ja, da wird mal kommen. Da könnt ihr euch was gefasst machen, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir auch diese News gesehen. Und wir wissen, viele von euch sind in Shiba Inu investiert. Kann jeder halten, was der will. Aber Shiba Inu hat eine heftige Community. Und diese Community verbrennt und verbrennt und verbrennt. Wir haben schon öfters darüber berichtet. Und die verbrennen wie verrückt ihre Token, ne? Und jetzt schon wieder. Jetzt wurde schon wieder einiges verbrannt. Und ich weiß gar nicht, warum die verbrennen. Aber ihr Ziel ist es, alle zu verbrennen und einfach den Preis in die Höhe zu schießen. Und ist geil, warum nicht, ne? Finde ich auf jeden Fall gut von der Community. So eine Community braucht man, Luis. Auf jeden Fall. Also Community-Arbeit ist einfach das Wichtigste im ganzen Krypto-Raum. Wir erwähnen es immer wieder. Ohne eine starke Community wird kein Projekt, sag ich mal, stark nach vorne preschen. Außer natürlich irgendwann durch Anwendung und Partner. Aber jetzt aktuell zu der Marktphase ist Community einfach wichtig. Und deswegen, wir besprechen ja gerade so kleine Meme-Coins, Shit-Coins auch oft auf unserem Zweitkanal. Und für Leute, die sich dafür interessieren können, auf jeden Fall einmal bei Sinan und Luis Krypto einmal rüberschauen. Links sind auf jeden Fall alle unten in der Beschreibung. Und genau dafür gerade diese Fälle, ne? Ja, die Community-Blaze-Token hat 3,6 Milliarden Shiba-Token verbrannt im Wert von 31.000 Dollar. Haben die einfach mal verbrannt und sagen, es geht weiter. Und ich habe hier natürlich mir alles vorher schon durchgelesen gehabt. Und es wurden bis jetzt knapp 11,5 Milliarden Shibas verbrannt. Und ja, im Wert von 100.000 US-Dollar, ne? Und es soll weitergehen, Leute. Es soll immer weitergehen. Und wenn man sich das genau anschaut, auch Börsen, ne? Hier, wo ist da nochmal Coinbase? Und weitere Börsen haben bis jetzt immer schon Shiba Inus verbrannt. Und es sollen noch mehr Leute kommen und noch mehr Leute verbrennen. Und wohin die Reise geht von Shiba, werden wir auf jeden Fall sehen. Aber die Community ist sehr stark und ist auf jeden Fall, ja, bis jetzt noch ein Token. Man sagt, einige sagen, ja, dahinter steckt Anwendung, weil, ja, einige Restaurants in Asien kannst du ja schon damit bezahlen. Und dann einige sagen, nee, das ist jetzt, da gibt es doch keine Anwendung dahinter. Shiba Inu, aber Luis, muss ich definitiv sagen, die entwickeln sich langsam dahin von Nicht-Anwendung zu Anwendung, ne? Und wenn das kommt und es sind schon so viel verbrannt und es werden noch mehr verbrannt, ja, dann Prost Mahlzeit, ne? Halte ich auf jeden Fall für korrekt. Und mir muss jeder selber wissen, ob der rein investiert. Wir können es ja offen sagen, ich bin in Shiba Inu investiert, Luis ist nicht investiert. Aber es ist nicht schlimm, der eine so, der andere so, wie der Marc, oder? Auf jeden Fall, natürlich. Gibt immer Projekte, ne? Wir sagen es ja immer wieder, wir haben, jeder hat seine Theorie, ne? Und bei uns die 80-20-Theorie. Ja, Luis, wenn das durch die Decke geht, dann mache ich es so zu dir. Haha, schakalaka, loko loko. Ich kann es dir vorstellen, nur mal kann ich alles mitnehmen. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Sucht euch ein paar Projekte raus, auf jeden Fall mit 80% bei mir zum Beispiel, wo ich nur geile Projekte nehme. Und 20% mache ich ein bisschen Spaß. Wir haben letzte Woche schon über das Thema gesprochen, es war sehr interessant. Und zwar ein Ripple-Tochterunternehmen, was Ripple in den letzten Wochen aufgekauft hat. Ein Unternehmen aus der Schweiz. Es war sehr interessant. Und Ripple-Tochterunternehmen gewinnt Global Award für Digital Asset-Initiative. Und ja, und zwar Metago, das kürzlich von Ripple übernommene Unternehmen für die Verwahrung und Tokenisierung digitaler Vermögenswerte, erhält beim Custody Asia Award eine neue Auszeichnung. Metago, eine in der Schweiz ansässige Plattform für die Verwahrung und Tokenisierung digitaler Vermögenswerte. Ja, Luis, das Unternehmen wurde jetzt vor, keine Ahnung, 10 Tagen oder so übernommen für 400 Millionen Dollar. Und jetzt holen die schon Preise rein, oder was? Wohin soll die Reise denn hingehen? Ja, Ripple, natürlich nur mit grandiosen Projekten, zeigt sich immer wieder. Also alles, was Ripple anpackt, wird einfach unglaublich. Soll mal einer das Gegenteil beweisen. So, Luis, hier haben wir auf jeden Fall noch etwas Lustiges entdeckt. Und auf Bali kannst du bald Immobilien kaufen mit XAPs, ne? Das ist doch heftig, geil oder nicht? Ja, ich finde das auf jeden Fall witzig, aber ich muss da trotzdem immer wieder wählen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht XAP als Währung, wir wollen XAP als Brückenwährung. Und das finde ich, ja, da werden wir die Anwendung irgendwann sehen. Das ist das, was wir sehen wollen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall cool trotzdem, dass die Möglichkeit besteht. Aber, Leute, wir freuen uns auf was ganz anderes. Ja, Luis, der eine oder andere möchte halt auf die Insel und möchte mit seinen XAPs seine Insel kaufen, sein Grundstück kaufen. Und das ist schon mal eine geile Sache, ne? Ich denke mal, das haben die jetzt extra gemacht, extra für uns, ne? Die wissen genau, dass die XAP gut ist, ne? Ja, die wissen ganz genau. Die wissen genau, was los ist hier. Ja, Junge, dann läuft das auch. Dann läuft der Schinken auf jeden Fall. Hab nach Bali, Leute, auf geht's. Ja, Luis, dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir nach Bali gehen, Leute, bevor ihr alle auf die Insel geht, würde ich einfach mal sagen, vorab, abonniert ihr diesen Kanal und drückt auf Gefällt mir. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr jetzt für den ganzen News hier sagt. Schreibt auch mal in den Kommentaren, was ihr denkt, wann wird die Klage vorbei sein, diesen Monat, nächsten Monat, doch jetzt nächstes Jahr. Haut's mal einfach in den Kommentaren. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, Leute, haut rein, Leute. Haut rein. Bis die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Arsche trennt.